Crossfire, ein Podcast von Claudius Rosenthal Feuer und Flamme und vom Himmel ein Brausen. Das sind die Worte, mit denen in der Bibel Pfingsten beschrieben wird. Klingt nicht gemütlich, oder? Hat allerdings auch nie einer behauptet, dass Glaube und Kirche gemütlich sind und gilt leider auch für Pfingsten. Auch keine gemütliche Veranstaltung. Vielleicht sogar noch ungemütlicher als andere kirchliche Ereignisse. Denn die Münze, die Pfingsten, die das Hochfest des Heiligen Geistes prägt, die hat, wie alle Münzen, ganz eindeutig zwei Seiten. Und eine davon ist für jeden eben ungemütlich. Klar, Pfingsten ist zunächst mal zwar nur der Geburtstag der Kirche. Aber genau genommen fängt es mit dem Ungemütlichen da schon an. Denn für die Jünger damals bedeutete dieser Geburtstag der Kirche ja nicht Geburtstagsparty, sondern Beerdigung. Die mussten sich an diesem Tag von liebgewonnenen Gewohnheiten verabschieden. Und die wussten sehr genau, ab jetzt wird alles anders sein. Wie, können wir nicht sagen, aber auf jeden Fall anders. Ihnen allen war damals klar, jetzt müssen sie raus aus der selbstverordneten Isolation und rein in ganz viel Unsicherheit und Unwägbarkeit. Andererseits konnten sie das mit einer unglaublichen Gewissheit sogar. Denn das war die andere Seite dieser Münze. Die Jünger wussten sich im Besitz einer höheren Wahrheit. Sie konnten sich mit einer Zuversicht in das Wagner stürzen, Glaube in der Welt zu leben, die wir uns vielleicht auch für unser Leben wünschen. Paradox, nicht wahr? Diese Mischung aus Aufbruch und Ausbruch auf der einen und Verankerung und Versicherung auf der anderen Seite. Für mich macht das auch heute noch Pfingsten aus. Auch im Jahr 2020 heißt Pfingsten für mich immer noch Bestätigung von dem, was vor mehr als 2000 Jahren begonnen wurde. Firmung, also Festigung. Und Pfingsten bedeutet mir auch heute und immer wieder Aufbruch, Erneuerung, Raustreten aus Gewohnheiten, weg von den ausgetretenen Pfaden. Nun bin ich nicht wesentlich anders gestrickt als die meisten meiner Freunde und Bekannten. Will sagen, auch ich neige dazu, nur das zu hören, was mir gefällt. Heute hören wir zum Beispiel in unseren Kirchen diese schöne Lied auf den Heiligen Geist und in dem heißt es, was befleckt ist, wasche rein, dürrm, gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält, wärme du, was kalt und hart löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfielt. Das klingt gut, nicht wahr? Ich höre da, dass unsere Kirche sich aus der Erstarrung löst, die wir überall sehen, dass sie sich befreit von Positionen, die in eine andere Zeit gesprochen waren, dass sie Worte findet in einer Sprache, die verstanden werden. Worte, die den Rücken stärken, nicht beugen, die nicht Zuversicht nehmen, sondern Mut geben und Hoffnung. Ich höre das gerne. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, prima, noch so einer von den Dauernörglern, von denen, die unsere Kirche für angestaubt halten, die seit Jahren nach Veränderung rufen, denen alles zu langsam geht, die auf dem Kriegsfuß stehen mit den treuen Kirchgängern. Noch so einer, der davon redet, dass ihm das Korsett aus Kirchenrecht und Amtskirche zu eng wird. Der meint, in unseren Gemeinden würden zu vielen die Luft zum Atmen genommen. Da sei es nicht möglich, den Glauben zu leben, froh und frei. Die überzeugt sind, wir alle würden nur gedrückt und geknechtet mit Verweis entweder auf Gewissensgründe oder auch nur auf gewisse Gründe. Eine solche Einschätzung wäre richtig, wenn Pfingsten für mich nicht aber auch noch die andere Seite der Medaille hätte. Eine, mit der uns der Heilige Geist an eine ewige Wahrheit erinnert. An das Beständige, das Nichtveränderbare, das Unveräußerliche, das sich sperrt gegen jede Mode, gegen das Innere Flattern und die Sucht aufs Immer Neue. In dem Text dieses Liedes, das ich gerade zitiert habe, da geht es weiter mit den Worten, in der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Sie glauben gar nicht, wie mich das anspricht. Und plötzlich stehe ich in den Augen der Welt nun an der Seite derer, die um den Wert von Beständigkeit wissen, die Sorge haben, dass Veränderung zu Selbstzweck verkommt. So widersprüchlich ist Pfingsten. Aber eigentlich ist widersprüchlich gar nicht das richtige Wort. Zutreffender ist wohl, dass die Gaben des Heiligen Geistes so vielfältig sind, so reich und so wahr. Denn ja, es gibt eine Notwendigkeit zum Wandel. In unserer Zeit vielleicht mehr als jemals zuvor in der Geschichte unserer Kirche. Aber gerade deshalb suche ich vielleicht zugleich auch nach einer Beständigkeit in diesem Wandel, nach Geborgenheit. Und wer will das verübeln in einer Zeit, die rast, die immer nur im Werden ist und niemals nur sein kann. In Räumen, in denen das gerade erst greifbar Gewordene schon wieder weicht, in denen alles im Fluss ist. Bei mir wächst da unweigerlich der Wunsch nach Beständigem. Nach Rat und Einsicht, um unterscheiden zu können zwischen dem, was der Veränderung bedarf und dem, was nach Beständigkeit verlangt. Für mich ist Pfingsten deshalb immer von besonderer Bedeutung. Diese Besinnung auf den Heiligen Geist, weil der mir mahnend ins Gewissen ruft, dass es eben beides braucht, Beständigkeit und Wandel. Und weil der mich vor allem daran erinnert, dass es ihn braucht, damit ich unterscheiden kann, wann es das eine und wann es das andere braucht. Wann es der Geist ist, der mich zum Aufbruch oder zum Verweilen treibt und wann ein Ungeist. Und schließlich dann sind Pfingsten und der Heilige Geist für mich so wichtig, weil sie mich an einen entscheidenden Punkt meines Glaubens heranführen. Nämlich einmal weniger darüber zu grübeln, was ich vom Heiligen Geist erwarte, was der in unserer Kirche bewirken soll, sondern mehr darüber nachzudenken, was der Heilige Geist von mir erwartet. Dass der Heilige Geist mich wach macht, aufrüttelt, antreibt. Nicht um großartige Dinge zu leisten, revolutionäre Veränderungen anzustoßen, sondern zunächst einmal einfach nur dazu, Jesus Christus in das eigene Dasein zu übersetzen. Und das heißt, wenn ich Pfingsten wirklich ernst nehme, dann muss ich mich zunächst einmal wie die Jünger von diesem himmlischen Feuer anstecken lassen. Dann muss ich mich entzünden lassen von Gott. Dann muss ich brennen für Gott. Vor allem muss ich andere anstecken mit Gott. Und ich muss nicht verzweifeln, wenn einer ein Gefäß über mein Licht stülpt, wenn meine Flamme mal flackert oder wenn der Wind der Zeit mein Licht einmal löscht. Denn ich darf darauf vertrauen, dass ich immer wieder leise berührt werde vom Heiligen Geist, immer wieder lebendig gemacht werde. Auch das, was in mir dürr und hart geworden ist. Ich darf halt nur nicht glauben, dass das immer in der Weise geschieht, wie ich mir das wünsche. Also verheddere ich mich doch vielleicht ein bisschen weniger in Debatten und Diskussionen über konservativ oder progressiv, Strukturen verändern oder Strukturen erhalten, dieses künftig ermöglichen oder jenes verhindern. Sondern nehme ich Pfingsten doch tatsächlich einmal ernst. Nehme ich den Heiligen Geist doch wirklich mal ernst. Vertraue ich also doch einfach darauf, dass dieser Heilige Geist in mir wirken möchte und gebe ich ihm dazu den Raum in mir, den er braucht.